Ab dem 1. Mai 2015 ist dieses zu mietende 4-Zimmer-Rhein-End-Haus bezugsfrei. Das gut gepflegte Rhein-End-Haus befindet sich in Frankfurt-Sachsenhausen-Süd. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche und einen Keller. Es hat zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 340 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von 116 Quadratmetern. Die Gesamtmiete der Immobilie beläuft sich auf 1.680 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns!